Der Narr liest »Bitte recht freundlich« von Ephraim Kishon In den letzten Jahren wurden wir Zeugen der tragikomischen Entwicklung, die das Heer der Buchstaben aus Not und Neid in die saftigen Weiden des Fernsehens treibt. Die Schwarz-Weißen wollen plakativer werden. Und mit welchem Ergebnis? Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass die Texte langsam verschwinden, dass nur noch die Schlagzeilen übrig bleiben und Bilder, Bilder, Bilder. Doch diese Prophezeiung hat sich längst erfüllt. So schnell, wie sich die Bilder vermehren, lehren sich die Bücherregale. Auf die Taschenrechner-Generation, die nicht mehr zählen kann, wird die Fernsehjugend folgen, die nicht mehr liest. So ist es nur natürlich, dass jeder normale Mensch abgebildet sein will. Pünktlich um 17.45 Uhr nachmittags der vom Protokollchef festgesetzten Zeit versammelten wir uns in der großen Empfangshalle. Nur etwa 15 prominente Vertreter des Kunst- und Kulturlebens waren eingeladen, dunkler Anzug erbeten. Tee unter der Patronanz des Ministers selbst. Überflüssig zu sagen, dass die ganze Elite gekommen war. Führende Maler und Bildhauer, weltbekannte Opernsänger und Schauspieler, einige arrivierte Schriftsteller, der größte Dichter des Jahrhunderts und zwei Ästheten von internationalem Ruf. Um 17.50 Uhr verließ der erste Sekretär den Raum, um den Minister zu holen. Der zweite Sekretär, ein hochgewachsener Mann mit imponierend angekrauten Schläfen, edlem Profil und hervorragend geschnittenem Cutaway, ging unterdessen von einem Gast zum anderen, um jeden Einzelnen mit gedämpfter Stimme darauf aufmerksam zu machen, dass der Minister nun bald erscheinen würde und ob wir nicht vielleicht etwas leiser reden möchten. »Schon gut, schon gut, Jankl«, brummte der größte Dichter des Jahrhunderts, mit dem ich mich gerade unterhielt. Dann wandte er sich wieder an mich. »Jankl ist ein netter Kerl. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als er Vertreter von Staubsaugern war und allen Menschen fürchterlich auf die Nerven ging. Ich selbst habe ihn zweimal aus meiner Wohnung geworfen. Übrigens kenne ich auch den Minister sehr gut. Er war früher Postbeamter, hat Briefmarken verkauft. Erst nach seiner Heirat mit Bienenfels jüngerer Tochter begann seine Karriere in der Politik. Trotzdem warf ich ein, er muss doch auch begabt sein. »Begabt? Ach wo?« widersprach der Auto mit tiefer Überzeugung. Er war ein ganz gewöhnlicher Beamter und nicht einmal sehr gescheit. Immer irrte er sich beim Abzählen der Marken. »Bienenfeld hat ihn protegiert, das ist alles.« »Erst unlängst habe ich wieder eine sehr komische Geschichte über ihn gehört. Auf irgendeinem Empfang fragt dieser Halbidiot den französischen Botschafter. Stellen Sie sich vor, fragt also den französischen Botschafter, wie viele Briefmarken man in Frankreich auf einen diplomatischen Postsack klebt.« Der größte Dichter des Jahrhunderts hörte je auf zu lachen, wurde blass und machte eine tiefe Verbeugung. Der Minister hatte den Saal betreten. Die anwesenden Künstler verneigten sich, die Damen knicksten. Man konnte die innere Bewegung, von der alle erfasst waren, beinahe mit Händen greifen. Ich selbst spürte eine sonderbare Lähmung von meinen Fußsohlen aufwärtskriechen über das Rückgrat und bis in meinen Kopf hinauf. Zum ersten Mal im Leben stand ich einem echten, wirklichen, amtierenden Minister gegenüber. Ein lebenswürdiges Lächeln lag auf dem Antlitz des Ministers, als er zur Begrüßung die Reihe seiner Gäste entlang schritt. Für jeden von uns hatte er ein paar freundliche Worte. Als er bei mir anhielt, fühlte ich, wie mich die Kräfte verließen und musste mich rasch gegen die Wand lehnen. Sonst wäre ich vielleicht zusammengebrochen. Auch der größte Dichter des Jahrhunderts, der neben mir stand, zitterte am ganzen Körper. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, sagte der Minister zu mir. »Wenn ich nicht irre, habe ich erst vor wenigen Wochen ein sehr schönes Gedicht von Ihnen gelesen.« Noch nie im Leben war ich von einer solchen Welle der Seligkeit durchflutet worden wie in diesem Augenblick. Ich hatte gar nicht gewusst, dass es Wellen von solcher Seligkeit überhaupt gibt. Der Minister hatte etwas von mir gelesen, von mir, der Minister gelesen, etwas. Er hatte es selbst gesagt, dass er es gelesen hat, und jeder konnte es hören. Es gibt noch Wunder auf der Welt. Ein Minister hat etwas von mir gelesen. Gewiss, ich habe in meinem Leben kein einziges Gedicht geschrieben, aber was tut das? Er hat sich daran erinnert. Und nur das zählt. Noch meine Enkelkinder werden davon sprechen. Erzähl doch, Großpapa, wie war das damals, als der Minister zu dir kam und sagte, »Wenn ich nicht irre?« Nicht minder beseeligt als ich war der größte Dichter des Jahrhunderts, denn der Minister hatte ihm gesagt, dass er sein neues Buch außerordentlich bemerkenswert fände. Diese Worte murmelte der Dichter nun immer wieder vor sich hin. Waren es doch des Ministers eigene Worte? Welch ein hervorragender Mensch, dieser Minister! Welch ein kaum fastiges Ausmaß von Intelligenz! Jetzt begreift man erst, warum Bienenfeld ihm seine Tochter gegeben hat. Ein Mann von so scharfer Urteilskraft und so exquisitem Geschmack. Einen Augenblick! Blitzschnell stürzte der Auto auf den Minister zu, der ein paar Schritte weiter entfernt stand und offenbar eine Zigarette anzünden wollte. Aber der weltbekannte Violin-Virtuose, der schon die ganze Zeit seinen Feuerzeug sprungbereit in der Hand hielt, kam ihm zuvor. Auch die beiden Ästheten von internationalem Ruf sprangen herzu. Brennende Zündholzer in den Händen stießen jedoch mitten in der Luft zusammen und stürzten zu Boden. Plötzlich erstarb die Konversation. Magnetisch angezogen drängte alles auf den Minister zu, um einen Platz in seiner Nähe zu ergattern. Es schien, als hätten die Anwesenden ihr ganzes Leben lang nur die eine Sehnsucht gehabt, den Saum seines Gewandes zu berühren. Sie taten einander auf die Füße, pufften einander in die Rippen, und der berühmte Bildhauer focht mit der bekannten Opernsängerin hinter dem Rücken seiner Exzellenz sein stummes Handgemenge aus. Was war geschehen? Klick! Ein greller Blitz aus einer Ecke des Raums, das war's. Deshalb das Gedränge. Ein Pressefotograf hatte einen Schnappschuss für eine beliebte Illustrierte gemacht. Die Vertreter des israelischen Kunst- und Kulturlebens zerstreuten sich wieder. Nur ein Lyriker blieb einsam auf dem Teppich zurück. Ich nahm mir vor, den Pressefotografen scharf im Auge zu behalten, damit ich wenigstens den nächsten Schnappschuss nicht versäumte. Da, jetzt! Ein Titan der zeitgenössischen Bühne ist an den Fotografen herangetreten, flüstert ihm etwas ins Ohr und macht sich dann unauffällig an den Minister heran, um ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Jetzt dreht sich der Minister zu ihm um. Das ist das Foto für Seite drei oben. Der Bühnentitan schiebt seinen Arm unter den des Ministers. Ich renne los! Klick! Wieder der blendende Blitz. Aber im letzten Moment hat sich der füllige Körper eines literarischen Nobelpreisanwärters zwischen die Kamera und mich geschoben. Nein, zwischen die Kamera und die ganze Gruppe. Zum Schluss war jeder Besucher mindestens einmal mit dem Minister zusammengeknipst worden. Jeder. Nur ich nicht. Irgendwie kam ich immer zu spät. Wenn ich noch so plötzlich losrannte, die guten Plätze um den Minister waren bei meiner Ankunft immer schon besetzt. Es würde kein Bild von mir und dem Minister in den Zeitungen geben. Scheiße. Aber was sehe ich da? Der Minister winkt. Wem? Mir? Das muss ein Irrtum sein. Ich drehte mich um. Ob vielleicht jemand anderer da steht, dem er gewinkt haben? Aber nein. Er meint wirklich mich? Oh Gott! Welch ein erhabener Augenblick! Ich habe den Zenit meiner Laufbahn erreicht. Die ganze Stadt, das ganze Land wird von mir sprechen. Der Minister hat ausdrücklich gewünscht, mit mir zusammen fotografiert zu werden. Ich eile an die Seite seiner Exzellenz und werfe dabei einen flehenden Blick auf den Fotografen, damit er nur ja nicht vergisst, die historische Aufnahme zu machen. Er soll knipsen. Er soll unbedingt sofort knipsen. »Sind Sie aus der Tschechoslowakei?« fragt mich der Minister. Verzweiflung erfasst mein Herz. Nein, ich bin nicht aus der Tschechoslowakei. Warum? Oh, warum bin ich nicht aus der Tschechoslowakei? Aber so schnell gebe ich nicht auf. Jetzt heißt es Zeit gewinnen. Das ist die Hauptsache. Zeit gewinnen, bis der Fotograf knipst. Worauf wartet er noch zum Teufel? Er soll schon knipsen. Ja, sehen Sie, Exzellenz, ich dehne die Worte, ich dehne sie, solange ich kann, damit der Fotograf genug Zeit hat, seine Kamera zu laden. Was wünschen, Exzellenz, über die Tschechoslowakei zu wissen? Wir sprachen gerade darüber, ob es in Prag vor dem Krieg einen Schasmebira gegeben hat. In Prag. Noch immer versuche ich, Zeit zu gewinnen. Jetzt hebt der Lump endlich die Kamera. Schneller, schneller. Siehst du denn nicht, dass die anderen schon herbeistürzen? In ein paar Sekunden bin ich vollkommen zugedeckt. Knips endlich. Ja, in Prag. Hm, nun. Soweit ich mich erinnern kann, knips zum Teufel, du sollst knipsen, du Teufel. Ich meine, eigentlich schon. Das heißt, äh, klick. Endlich. Aber wo war das Licht? Wo war der blendende Blitz? Um Himmels Willen? Der Blitz hat nicht funktioniert, ausgerechnet jetzt. Man müsste alle Blitzfabrikanten aufhängen und diesen Gauner von Fotografen dazu. Der Minister, nach allen Seiten freundlich grüßend, verlässt den Saal. Der erste Sekretär gibt bekannt, dass der Empfang beendet ist. Ich bin ruiniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017